Viel Spaß! Hä? Muss ich jetzt mal einmachen? Ja, du musst jedes Mal neu machen, glaub ich. Also da oben war auf jeden Fall vorher noch das Menü, aber das ist dann weggegangen. BAAAAAM! Okay, die haben einen 90er. Und die sind schon gerankt, kann man sagen. Ja, die haben schon Ranks. Ach, die Scheiße. Äh, Dorado verteilen. Tobian? Dorado! Dorado! Nein, Reinhard. So, jetzt hat mich entschieden. Entscheide dich doch mal! Reinhard? Ich bin Mercy. Nee! Wir haben schon ein Highlight. Torbjern wär noch schön. Oder ein Snapbar. Sein Spiel ist Torbjern. Vielleicht ist Bome ja... ...lau genug. Man sieht Domi aus. Der Gerechtigkeit wird genügt. Wir haben jetzt auch einigen Domi spielt was anderes und Marcel spielt Sniper. Aber cool, ich hab ein Rohr. Okay. Ich hab ein Rohr. Ich hab auch ein geiles Rohr. Ja, warte mal. Oh ja, das hast du. Als Hammer. Ja, also hier so, um Leute zu verprügeln. Ich weiß genau, was du meinst. Oder... ...um... ... ein Geschütz aufzubauen. Was logisch ist. Ja, das ist total logisch. Ja, nein, nein, nein. Na, uns weiß ich nicht, um hier aufzumachen weiter. Das ist ganz wichtig. Stimmt. Dass dein Flaschen öffnen. So, erstmal ducken. Oben sind direkt welche. Das ist schön. Na, finde ich auch. Du musst auf jeden Fall hinter uns aufpassen. Links ist Bracer. Oh, fuck it. Das ist nicht so schlimm. Paar war runter geholt. UAH! LWS Genji. Oben auf dem Dach. Ich brachte mir genau in die Arme. Hä? Hat er gerade meine Axt abgefilzt? Auf jeden Fall hat meine Axt nichts gemacht, obwohl ich ihn getroffen habe. Eine todsichere Investition. Ach, fick dich. Macht der schon sein Ulti für den Quatsch? What? Ja, der hat mich gerade... Nur für mich hat er sein Ulti gemacht. Der hat schon ein Ulti gehabt, what the fuck? Ja, ich habe auch gleich mein Ulti. What? Ich muss mir viel zuhauen. Boah, ich bin halt gerade von 5 Seiten geragt, Leute. Hey, haben wir schon wieder den Filmabgegenlagen? Nur weil Genji spielt, das ist Philipp. Jeder Genji sagt auch schon, Philipp. Ach, Gott. Ich will gerade alle aufs Maul bekommen. Ja. Hä? Ich weiß, er geht mir auch auf den Sack. Haha. Ich komme leider nicht so gut dran. Unsere Mercy steht auch immer genau vorne. Unsere Mercy denkt, sie ist ein Tank. Oh man, mein Geschütz hat sie... Ne, doch nicht. Ich komme immer jetzt komplett durch. Oh man, ich kann sich niemand verstehen. Ich bin auf dem Karren. Reinhardt ist bei euch. Na, der hat mich in die da geschlagen. Und Domi hat mich... ...wiederbelebt. Domi noch nicht. Domi halt gleich. Domi ist Mercy. Irgendwann naheliegend, ich weiß. Aber er ist es gerade nicht. Reinhardt ist so gut wie tot. Ja, ist schön. Und jetzt hat er mich nochmal gechargt und mich damit gekillt. Reinhardt ist tot. Hä? Nein. Nee, er lebt noch. Dann habe ich Tracer erwischt. Alter, der Genji geht auch mies ab, Alter. Genji kann einem echter Spiel hier versauen. Genauso wie wir uns ganz viele Bastions, sondern ganz viele Torbjörns. McCree kann er zum Glück nicht mehr. Fick dich, Tracer. Genji, dauernd. Autsch. Wo war ich stehen geblieben? Ach, scheiße. Scheiß auszusteigen. Ich muss mich nicht mehr schütteln. Ich muss mich nicht mehr schütteln. Werfen wir uns der Tale. Warum ist hier der Spiel? Der Klasschnigg. Ich push zurück. Wo kommen wir denn gleich raus? Die kommen nämlich gerade. Die Fresse. Das war halt uncool. Ja, da war ich f***ing old. Ah, ich f***ing old. Oh, ich f***ing old. Ich versuchte sie die ganze Zeit zu treffen, aber... Unsere Mercy. Achso. Ne, nicht wirklich. Ja, ab und zu macht sie mal was, aber nicht da, wo sie soll. Na toll, da war ich ja sehr ungünstig gerade wieder mit dir. Ja, ich hab auch viel mit Reinhardt, Alter. Nein, ist fast down. Aber ich möchte die Leggen auch nicht. Das will ich fast bestätigen. Das ist die Neue. Ich habe auch die Leute nicht gesehen. Ich habe die Leute nicht gesehen, aber ich bin schon weiterhin verletzt. Ich bin schon von den Weg, das ist schon ein 여자weck. Das ist die Körpersmeldung. Ich bin down. Tracer geht in Richtung Spot. Oh, was? Oh Gott. Wo ist die Hure? Da vorne kommt Genji. Alles ist in der Reihe. Warte, ich... äh... Ich bin jetzt Karolimont. Aua. Aber jetzt ist etwas. Oh mein Gott. Uh! Fuck! Fuck! Ups, da kann man nicht. Ich bin wieder da! Oh Gott! Wo geht das Spiel? Schnappt euch die Rüstung! Tracer ist oben. Naja, ich treff sie nicht. Schnappt euch die Rüstung! Oh Gott! Ich weiß, das ist echt so der Endegriff von Lag. So spielst du nicht, wenn man Lag hat. Ja, ohne Witz. Oh, das ist schon... Oh scheiße, ich wurde ohne Handzucht gerest. Oh Gott! Ach scheiße! Schon wieder! Scheiß auszusteigen! Ja, wir sind gewohnt, Seite. Hat der meinen eiskalten Sniper-Schuss einfach bad zurück auf mich? Und er war ich down. Was? Kackelu. Ich hab gleich Ulti, haltet sie auf. Das wird wohl nix. Ähhhhh. Gratul nicht! Oder so. Konnt nix machen. Das gibt es so nicht! Wir sind schlecht. Seien sie wieder nicht so kacke? Anders können wir es nicht... ...banern gehen. Scheiße! Ähm... Ähhhhh... Ich spiel Mercy. Oh scheiße, Mann! Jede Runde ist geil. Ooooooh! Willst du äh... spielen? Entspiel? Ähhhhh... Entspiel ich, ach komm. Du wirst keine Mauer, wenn ich anfange zu chargen, Alter. Doch, gerade dann. Ich hasse sowas, das passiert nicht so oft mit rein hat. Dass auf einmal eine Mauer ist! Vielleicht war die Mauer. Ja, das wäre auch voll gut gewesen, weil ich hätte so... ... frei weggepusht. Und sie macht ihre Mauer und ich rass gegen die Mauer. Ja, weil nicht jede Maze so wie ich. Ich bin... Best Maze Worldwide. Wir haben nicht mehr weggepusht. Ach so, du sagst wieder eben! Oh, reiße, werden! Hey! Na, ich hab's nicht gereapet! Oh! Ohh! Mh! 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 Sie, da ist ein guter Job! Oja, wo gehen hier alle lang, weil ich seh' ich gar nicht! Ach so! Wobei Marcel bleibt hier rechts, ich geht links! Das ist der Stab auf der Seite. Toll, jetzt gehen alle rechts. Wow. Ich hab da auch einen Slime. Ich geh links. Man, komm einfach mal mit. Denk ich Mitte. Boah! Nein, die Fritze! Geil die Hände mal. Woher denn geht ich denn hier lang? Alles klar, Mädels. Los geht's. Oh, es geht gleich los hier. Der Schütze ist eingefroren. Oh, 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 oh. Wo ist denn der? Da! Oh Gott, bin ich blind. Der steht mega dumm. Oh, Gott sei Dank. Gestern. Ich hab dich überhaupt nicht gewünscht. Der oben, unten, links, rechts. Nee, hinter mir. Aber Feuer hat verlernt zu fliegen. Oh, da oben steht Geschütze. Sehr ungünstig. Hm. Komm, lang und los. Feindgeschütze neutralisiert. Du findest den Weg. Er wird auf den Weg nach West. Betania City. Hu, hu, hu. Ich geschütze es da. Du kannst nicht, dass die Schütze verstören. Der Weg kommt dieses Jahr früher. Wagt es nicht. Hey, Hilfe. Ich werd hier eingefroren. Da ist Bessen. Direkt, wenn ihr hochkommt, links. Ja, ja, ich seh's schon. Ich geh's mal lieber weg. Ich wurde gefangen genommen. Ich bin wieder da. Torbjörn hat seine Ulti ready. Das ist echt uncool. Wir gehen nicht so weit nach oben, Alter. Da ist Bessen. Ich brauche erst Unterstützung. Er ist da oben, wo? Oh, er ist da. Vorhine in der Mitte ist er. Vorhine in der Mitte ist er. Ich bin wieder weg. Messie ist da. Lass mein Schild auf. Ich hasse mich. Daria ist fast da. Scheiße. Daria ist da. Mein Ultimate braucht noch einen Moment. Hä, hab gleich Ulti. Ich hab' mehr gekillt. Vor allem ist das Geschütz voraus. Boah, wie steht das Geschütz? Da steht mega ungünstig. Das ist nett. Ich brauch' mal nen Heiler. Ich auch, Alter. Let's schon down. Sehr gut. Oh, das Geschütz steht richtig kalt. Weil I'm out of the core, fuck you bitch. Ja, ich hab ne Mauer gestellt. Oh toll, lauf um die Mauer rum, tot. Die scheiß M-Bot geschützt, ey, das muss wie bei T-Quadrat. Oh, ich hab seine Ulti abgewehrt, alter. Du brauchst so ne Sekunde Verzögerung. Er hat sich mit seiner Ulti selbst gekippt, weil ich vorbeigelaufen bin. Vollidiot. Wer der? Junkred, alter. Supergeil. Aber ich hab überlebt, und ich dachte, er lebt noch, und dann hab ich so rumgedacht, und dabei war er tot und hat seine Mie noch gelegt. Scheiße. Jetzt bist du hier alleine, ne? Ne, bin da. Ich mein, Mei hab ich noch mitgenommen. Von den Toten auferstanden, lalalala. Äh, die Barriere bricht zusammen. Ich hab keinen getroffen, oder? Jetzt bricht das scheiß Teil. Ja, ja, ich bin wieder da. Oh Gott, Besten steht so behindert. Links auf dem Beilkorn? Ne, unten hinter, äh, Reinhard. Ich bin gefreezed. Nein, du überlebst. Dann, geh. Geh. Ich bin gefallen. Oh, dann keine Ecke durch. Wir gehen, Juna. So holt man Spiels. Good Job, alter Massa. Nein. Scheiße, ich war gefallen. Danke, alter. das Spiel ja, ne, kommt hier überhaupt die Aktion? Doch, äh, Aktion des Spiels dann, also des Matches quasi. Haben die ja? Ich hab die ja auch gefühlt. Ich hab auch irgendwie nicht drauf geachtet, tatsächlich. Ey, hier ist Besson. Ach, jetzt friert die sich ein, die dumme Bitch! Ach Gott, Besson steht schon wieder so behindert. Ja, Ulti ist da. Wir müssen hier nur gehen. Ihr kriegt gerade alles ab. Hahaha, scheiße. Noch ist der Kampf nicht vorbei. Inchi! Oh Gott! Bewegt die Fracht ja weg! Wir schaffen das! Oh Gott! Oh Gott! Boah! Danke! Der Fehler macht immerhin geilen Shit. Oh! Und jetzt gucke ich jedes Mal, ob euch da so eine Zahl stehen haben, wie Mercedes gesehen hat. Das hat mich voll abgelehnt jetzt! Danke Domi! Für jedes folgende Spiel! Danke Domi! Da komm ja nicht mal in Schwitze! Da komm ja nicht mal in Schwitze! Müsste Ani nicht eigentlich so theoretisch so reden können? Ja, das ist ja Schwäbisch, was er redet. Also ganz so schwul spricht sie dann nicht! Warum nicht? Weil Schwaben scheiße sind! Und geizig! Und geizig! Fuck! Fuck! Au! Ach! Oh Gott sei Dank! Ach Gott! Beste Stimme in der Ecke! Ja Jetzt gibt es eine Abkühlung! Ah, gehts gut. Bin raus. Ah, die haben jetzt einen Winston, alles klar. Erstmal rausbefreien. Boah, hier ist Bastion. Ja, ich seh schon. Fuh, sieh! Bro, hau ab, du Bitch! Boah, was? Boah, hau ab! Boah! Ja, ja, es ist da. Wenn ich da bin, ich hab's. Warte, I'm ready. Der Drache führt meine Klinge. Digga, was ist los? Autopanzer! Ja, ja, ja. Sie hat wieder gerest. Scheiße. Ah, ich schwitze! Easy, easy! Ich hab Ulti! Achtung! Er kommt über die Mauer! Ja, genau, da kam er. Die Fracht wurde aufgehalten. Bringen wir sie wieder in Bewegung. Achtung, Trommelfeuer! Pfff, ist mir warm. Puh! Der Sussl von oben ist ja zu ärgern, aber Winston geht mir grad auf den Sack! Vorsicht da und das Beste. Ich bin down! Laria hat ebenfalls Ulti-Ready. Ah, scheiße! Ah, gezer Dank! Weißt du, das Beste steht jetzt hier oben! Boah! Ich hab Ulti-Ready! Hey, wer... Oh, wieder gelebt! Die Wure! Ah, Beste ist oben, Alter! Ich hab gleich Ulti, wir müssen nur noch kurz aushalten. Und das packen da. Kriegen wir hin diesmal. Dann müssen wir noch ne dritte Runde spielen, ey! Das ist easy! Wir haben schon mal gewonnen, ja? Wir haben die nicht weggekriegt! Wir haben noch gar nix gewonnen! Noch gar nix? Das ist ja traurig! Ich hab jetzt noch nie! Wir müssen den dritten Punkt noch holen, also wir müssen diese Runde gewinnen! Ja! Ja, scheiß Affe! Ja, du Affe! Ich bin gleich so wirklich tot, ich bin tot! Oh, mehr Affe! Ich fick dich! Ich muss das jetzt halten, aber ich hab 95 Prozent! Oh Gott! Ich steh aufs Bord, aber ja! Ich bin da! Du musst erst in 7 Sekunden halten! Ey, das kann doch nicht sein, Mann! Ja, das hab ich nicht, Alter! Ja, das hab ich nicht, Alter! Ja, scheiße, Mann! Ja, scheiße, Mann! Gott, sind wir scheiße! Mhm, 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 mhm! Aber, wir sind ja stolz drauf, verstehst du? Wir verkacken und stehen... Oh, der Tisch wird nice! Das war echt nice! Guck mal, du stellst nach deine Mauer, weißt du? Boah! Ja, war doch gut! Tschüss! So, die Mauer weg! Ja, siehst du, ich hab quasi die Gaskammer für dich vorbereitet! Ja, guck mal, Alter! Kriegt einer hier! Fick dich! Fick dich! Wer immer gewählt hat, ich hasse dich! Keiner von uns! Voll der Bastard! Pani, willst du das? Eine 20 Tore, ey! Ich hab 21 sogar! Ich hab 10! Also, geht doch klar! Wir müssen uns einfach nur mal anstrengen! Ich bin... Jetzt spielen wir ernst! Ich bin für 10 Tomaten, was ist das? Mit seinem Glück gewinn der 1 Ja, also... Ah, ok, es wird tatsächlich nur beurde...